Hi liebe Leute, heute hatte ich wieder stärkere Long-Covid-Symptome gehabt. Als ich heute Morgen von der Bushaltestelle zur Arbeit ging, fing die Kacke an. Das heißt, ich hatte Schmerzen im Brustbereich, starkes Unwohlgefühl und auch etwas Erschöpfung. Und ja, das hatte ich schon lange nicht mehr gehabt. Und ich frage mich, woran das lag, ob das an dem Streit vor zwei Tagen lag oder ob das das drückende Wetter war oder was da die Ursache ist. Das frage ich mich die ganze Zeit. Das ist alles nicht so einfach, wenn man diese Krankheit seit über neun Monaten an der Backe hat. Ja, ich hatte ja auch Phasen gehabt, wo die Symptome immer weniger wurden. Zeitweise waren sogar diese total weg. Und dann hofft man natürlich, dass man irgendwann wieder gesund wird. Und dann hat man wieder Rückträge, so wie heute. Und ist dann verzweifelt. Und das ist nicht so schön. Ja, ich hoffe mal, dass es morgen mir wieder besser geht. Ich wünsche euch alles Liebe. Ciao, ciao.